So, auch das werden wir proben und im letzten Jahr, Sie werden sich erinnern, da habe ich diese junge, gutaussehende Sachsen-Striegel-Moderatorin, Anna-Lena Martin, bekannt als Anna-Lena Funk, geküsst und zwar aus gutem Grund, ich durfte, es gab diese Kiss-Camp, kannst du dich noch erinnern? Dö, ne? Da hatte ich eine andere geküsst, da habe ich eine andere geküsst, ist sie gar nicht. Ich habe auf alle Fälle im letzten Jahr eine junge Frau geküsst. Ich hätte es ja mal höflichkeitshalber Ja sagen können, ich brauche das jetzt zur Überleitung. So, und heute haben wir eine...